Die letzte XRP Analyse ging perfekt auf, wieso wir jetzt davon ausgehen, dass wir nach knapp 7 Jahren hier in dem Markt endlich ein neues Alltime High hier in den Chart bekommen werden. Das klären wir hier in diesem Video und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen XRP Spezialupdate Video hier von Trading on Air. Ja, wenn dir der Content gefällt, kannst du dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren bzw. auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube mal gut zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, alle unsere wichtigen Links, wie beispielsweise Bitchet, wo ihr euch lebenslänglich maximalen Rabatt hier auf eure Gebühren von 20% sichern könnt. Genauso wie auch die kostenlose Telegram-Signalgruppe sind selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, starten wir hier direkt rein und beginnen hier übergeordnet für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Ich meine, das letzte Video ist auch schon 11 Monate her, hat auch seine Gründe hier bei XRP, denn wir beginnen jetzt hier erstmal auf dem übergeordneten Timeframe und demnach, und das muss man vielleicht vorab zu XRP noch sagen, das auf dem Chart ist ein Forcefit. Ganz, ganz klar, das ist ein Forcefit, sowohl hier in dieser Welle 1, was wir hier sehen, denn diese, zum einen, hier, wir müssen das Ganze schon mal unberücksichtigt nehmen, denn wir sind hier schon mal unter das, ja, Starttief gefallen, deswegen müssen wir ab hier anfangen zu counten. Dann das Ganze sieht definitiv hier sehr, sehr schön dreiteilig zählbar aus. Das Ganze nach unten so oder so korrektiv passt, auch sehr, sehr starke Welle 2 auch, auch das muss man sagen, auch eher unwahrscheinlich. Dieser Move nach oben sieht auch etwas schöner aus, 1, 2, 3, 4, 5 und dann hier eine A, B, C nach oben. Ja, auch das ist definitiv möglich und deswegen ist es ganz, ganz klar ein Forcefit, den wir hier drauf haben. Nichtsdestotrotz, unabhängig von diesem Forcefit erwarten wir jetzt auf den Mikro-Timeframes aufgrund der Statistiken hier die gleichen Ergebnisse und die gleichen Prediction hier am Chart. Was hier relativ, ja, nicht zu übersehen ist, ist hier dieses Triangle einmal und auch das haben wir hier im letzten Video einmal perfekt besprochen, denn da waren wir hier in dieser Phase und haben gesagt, hey, pass mal auf, es besteht die Gefahr, XRP-Falle, auch so das letzte Video genannt vor 11 Monaten, dass wir hier unter diese Support-Linie fallen werden, dass es sehr wahrscheinlich ist, um dann hier, ja, potenzielle Retail-Trader hier auf den Retest reinzulocken, den wir dann nicht bekommen, sondern dass wir dann nach oben durchziehen werden. Und genau das ist einmal perfekt aufgegangen, das heißt, die letzte Analyse vor knapp einem Jahr perfekt ausgespielt über die kompletten Monate und demnach gehen wir aktuell primär davon aus, wie gesagt, ja, es ist ein Forcefit, dass wir eine 1, 2, 3, sehr, sehr lange Sideways, 4 haben, die aktuell im primären Szenario beendet ist, da wir hier einfach impulsive Züge aktuell sehen und dann hier in eine Welle 5 gehen, wo aktuell das Primärziel 3,70 Dollar ist, ja, das ist ein All-Time-High, ja, das ist ein knappes All-Time-High, nichtsdestotrotz, es ist ein All-Time-High und ich denke, für alle XRP-Holder hier die letzten 7 Jahre haben wir solche Höchstkurse hier nie gesehen. Nein, wir gehen nicht davon aus, XRP 10 Dollar, wir gehen nicht davon aus, XRP 100 Dollar, XRP 1000 Dollar oder fast so alles auch auf YouTube hier kursiert, ja, XRP ist Bullish, ja, XRP ist auch mit mehreren 100 Prozent prognosetechnisch Bullish, aber wir gehen nicht davon aus, dass wir hier Kurse, ja, jenseits der 10 Dollar und aufwärts, hier sehen wirklich das Höchste der Gefühle, sind hier 15 Dollar unserer Meinung nach und das ist auch statistisch gesehen schon mal etwas unwahrscheinlicher. Der Primärzielbereich ist hier dieser zwischen den 3,70 Dollar und den 6,32 Dollar. Wenn wir uns das vom aktuellen Kurs hier nochmal bemessen, ist es ein Pump-Potenzial von 250 Prozent bis hier in der Spitze knapp 500 Prozent und das ist doch schon sehr ordentlich und was wir hier, oder was eine positive News ist für alle XRP-Holder, denn wie gesagt, solche krassen Steigerungen hat es hier, ja, prozentual vielleicht hier in diesem Move mal gegeben, das ist definitiv eine Steigerung von hier 1.700 Prozent, nichtsdestotrotz nominell hat es hier solche Steigerungen hier noch nicht oder noch nie gegeben, dass wir so krassen Anstieg hier von 2, 3, 4, 5 Dollar im XRP-Chart einmal bekommen haben. Gut, demnach, bevor wir jetzt hier in die kleinere Analyse reingehen, nochmal kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen oder nochmal Spotkäufe tätigen, wie beispielsweise hier bei Polkadot oder hier die Analyse oder das Update, sage ich mal, die Updates hier in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe, werden wir selbstverständlich dort updaten, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, so sieht das Ganze hier beispielsweise aus. Dazu muss gesagt sein, das sind unsere Trades, wie wir traden, das heißt, ihr könnt das nachmachen, müsst es nicht, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Ihr seht, komplette Transparenz und wir traden das Ganze hier auf Budget, das heißt, wenn du dir, wie gesagt, lebenslänglich maximalen Rabatt hier von 20 Prozent auf deine Gebühren sichern möchtest, würde es sich anbieten, wird ein Link unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, alles ein kann, kein Muss. Auch hier stellst du dann zeitgleich sicher, dass du hier bei regelmäßigen Events dabei bist, wo du mehrere 100 bis 1.000 US-Dollar hier fürs reine Trading beispielsweise zurückbekommen kannst oder aktuell 10 Prozent Cashback auf deine Einzahlung hier bis zu 5.000 US-Dollar hier zurückbekommen kannst. Das heißt, es lohnt sich hier, sich regelmäßig oder sich hier über unseren Link zu registrieren, denn dann bist du regelmäßig bei solchen Events hier einmal mit am Start. Auch die Token-News-Gruppe ist selbstverständlich unten für den Austausch mit der Community bzw. mit uns einmal verlinkt. Und jetzt gehen wir hier, wie versprochen, weiter genauer rein in die Analyse. Wie gesagt, wir können ja nochmal auf dem Weekly-Timeframe draußen bleiben. Genau das haben wir angesprochen. Solche Triangles, die wirklich auf dem übergeordneten Timeframe, die für jeden Pattern-Trader, wirklich das Erste, wenn man sich mit dem Thema Trading beschäftigt, sind Patterns, mit denen man zu bombardiert wird. Und demnach jeder, ich sage jetzt einfach mal, es soll jetzt nicht Wertengemeint sein, jeder 0815-Trader, jeder 0815-Börsenanleger, der sich irgendwie charttechnisch versucht, damit zu beschäftigen, kennt solche Pattern. Und das Basic-Pattern ist wirklich ein Triangle. Und wenn wir dann solche offensichtliche Triangles hier reinbekommen, die wirklich hier auf dem Weekly-Timeframe wunderbar hier einmal zu erkennen sind, dann ist es einfach oft so, und genau das haben wir letztes Mal angesprochen, dass wir das Ganze in die falsche Richtung einmal auswicken, die Leute hier beim Retest einmal reingehen, shorttechnisch, wir damit sehr, sehr viel Liquidität, die sehr wahrscheinlich hier über diesen Hochs hier einmal gelegen ist, denn man lernt ja dann auch so schön Stop-Loss über das letzte Signifikante hoch, Breakout nach unten, Retest rein, Stop-Loss hier einmal über die 75-Cent-Mark, das sind die letzten Signifikanten Hochs. Ja, perfekt, diese Liquidität wurde sich einmal perfekt geholt, genau vor dem haben wir letztes Video hier auch gewarnt. Gut, gehen wir rein in den Daily-Timeframe, schauen uns das Ganze hier an, denn irgendwie müssen wir hier Richtung 3,70 Dollar einmal raufkommen, und demnach gehen wir davon aus, dass wir aktuell hier in einer 1,2 Bewegung sind, wie gesagt, Welle 4 hier bei diesem Tief beendet, 1,2 aktuell in der Welle 3, die wir mindestens überextendieren sehen aktuell, das heißt mindestens 1,74 Dollar, ja, auch hier diese Welle 3 bitte nicht shorten, ganz, ganz klar, wir shorten keine Welle 3, auch keine Welle 3 der 3 aktuell in dieser bullischen Phase, wir werden keine Short-Trades eingehen, also das wird wirklich, ein Fall von 100 wird es mal sein, dass wir hier in Short-Trade aktuell in dieser bullischen Phase eingehen, das ist einfach viel zu riskant, hier sich gegen den fahrenden Zug zu stellen, also wirklich, da kann man sich teilweise mit dem Knie in den Kopf schießen, und das ist sinnvoller, nichtsdestotrotz, wenn ihr shorten wollt, gerne über unseren Budget-Link unten in der Videobeschreibung, haben wenigstens wir da was davon, nee, Spaß, shortet am besten nicht hier in diese Märkte rein, wie gesagt, keine finanzielle Anlageberatung, nur das, was wir machen, und was unsere Erfahrung hier am Markt einmal widerspiegelt, und demnach hier auf dem untergeordneten Time-Frame auch nochmal eine 1, 2, 3, 4, 5 Bewegung, auch hier mindestens Überextension, das heißt, die nächste signifikante Haltestelle, unsermal noch 1,36 Dollar, ja, auch hier, das ist ein Zielbereich, das ist ein netter Zielbereich, ja, auch wir werden diese Welle 3, der Welle 3 nicht shorten, denn wir erwarten hier im Anschluss dann eine Welle 4, ja klar, die wird kommen, diese Welle 4, da gehen wir definitiv von Support aus, um dann weiter steigende Kurse, mindestens 1,74 Dollar dann im nächsten Move einmal erwarten zu können, und langfristig, wie gesagt, mindestens 3,70 Dollar einmal anzulaufen, bedeutet, nächste Haltestelle nach oben, einmal 1,36 Dollar, dann 1,74 Dollar, und wir können uns hier wirklich für den Eskalationsfall schlechthin einmal das nächste Fibonacci hier reinladen, sehen wir die 2 Dollar Marke, und dann hier die nächste Marke, 2,57 Dollar, bedeutet, nächste Widerstandsmarken nach oben, 1,36 Dollar, 1,74 Dollar, 2,01 Dollar, 2,57 Dollar, wir werden auch hier definitiv nichts shorten, wir haben hier leichte XRP Bestände tatsächlich von unseren Zeiten vor YouTube, die werden wir dann sehr wahrscheinlich knapp über dem Alltime High dann versuchen abzustoßen. Gut, nichtsdestotrotz 1, 2, 3, 4, das heißt, wir erwarten hier eine Welle 4, und das ist dann wieder trade-technisch interessanter, wenn man XRP hier traden möchte, auch wir werden das hier nicht machen, da wir übergeordnet hier von Force Fit ausgehen, weshalb wir diesen Chart trade-technisch einmal auch nicht bespielen werden. Nichtsdestotrotz Supportmarken und potenzielle Longzonen nach unten, aktuell 1,01 Dollar, bis hier 88 Cent, das ist so der primäre Zielbereich, 78,5 Cent, das Worst-Case-Szenario hier, für so eine Welle 4, klar, diesen Bereich gerne weiter nachziehen, ehe wir hier, ja, eine Welle 4 ausgebaut haben, die dann halt auch in zeitlicher Sicht, dann mal mindestens ein, zwei Monate hier eben gedauert hat, um dann eben, ja, signifikant davon ausgehen zu können, dass sich hier wirklich um diese rote Welle 4 und nicht um eine Unterstruktur, hier dieses Aufwärtsimpulses aktuell eben handelt. Das heißt, die Zahlungen sind weiter und bullisch, wir gehen nicht davon aus, dass wir diesen kompletten Pump einfach wieder rückgängig machen werden, wir gehen davon aus, dass der erstmal nachhaltig sein wird, 1, 2, 3 aktuell in, oder aktuell nach wie vor, unserer Meinung nach in dieser 3, gibt keine Indizien, dass wir nicht noch in dieser 3 sind, um dann in einer Welle 4 potenziell mit Longtrades oder Spotkäufen, wenn man das möchte, gegensteuern zu können, wie gesagt, keine finanzielle Anlageberatung an dieser Stelle, wir werden diesen Chart hier einmal nur spotverkaufstechnisch hier bedienen, aufgrund der Zeiten und der Bestände vor YouTube, da werden wir definitiv hier diese Bestände versuchen, dann in All-Time-High-Regionen einmal direkt dann auch abzustoßen. Gut, damit soll das Ganze schon gewesen sein, der Fahrplan zu XRP sollte klar sein, wir bedanken uns schon mal über jegliche Form von Support und wir hören uns damit später im Double Upload heute sogar wieder, alternativ auf Telegram und damit Trading und erst raus, macht's gut, ciao, ciao.